herzlich willkommen leute zurück ich habe mir gedacht ich nehme jetzt gleich noch mal einen run direkt danach auf und sehe gerade zum ersten mal da oben sind ja jetzt auch zwei dinge bei mams hart weil wir müssen jetzt darum nehmen wir wahrscheinlich jetzt doch nicht dingsi boomsi den wir vorhin das letzte mal hatten weil ich sage ich gleich aber auf jeden fall finde ich es gut wir müssen zehnmal ja mams hart machen das überhaupt weiterkommen mit den nächsten leveln auch und da oben finde ich gut zu sehen da steht ja echt sogar schon zweimal dran so weil wir haben es ja hier mit eisek geschafft das steht ja auf diesen dingen links und hiermit genau und dann zwar hätte ich jetzt gerade bock weil wir echten ihnen tocken haben aber vielleicht versuchen wir eher mal sozusagen das herz da auf der seite zu kriegen mit jemand anders früher weiß ich noch ganz am anfang als ich die erste mal das spiel gespielt habe habe ich eigentlich nur mehr gegen genommen die ist zwar super super lahm mittlerweile nervt mich das auch selber aber damals hat mich nicht genervt aber ich fand es so schön weil sie vier herzen hat kein hat halt luckfurt ich glaube wir nehmen mal kein vielleicht haben wir ja ein lucky run dazu was mag ich nicht so gerne wie können wir denn noch mal hier judas weiß ich gar nicht mehr picking up her das dauert lange bis wir haben samsam dauert noch länger bei mir das ist ja theoretisch das ist ja theoretisch ja dazu brauchen wir als das darauf könnten vielleicht mal kämen wir mit so zwei herzen und gucken wir mal okay so und heute vielleicht mal ein bisschen schneller das ding ist auch gar nicht so schlecht da rennen dann die gegner darauf zu zumindest meist genau die fliegen zum beispiel gerade das ist gerade ganz nice dann kann ich mich um den anderen scheiß kümmern das hätte mich wahrscheinlich nicht sonst auch verletzt weil ich ein idiot bin und das spiel manchmal doch nicht so gut kann wie ich immer denke ja und das muss ich hier weg machen leute das ist das ist klar also money brauche ich schon ich meine ich muss jetzt nicht rumgambeln nun das ist sehr nice war okay sie haben es gecheckt aber das ist nicht mehr so schlimm jetzt sind so viele wirklich ja genau wie auf den anderen naja da kommt das sind dann die wenn wir mal um uns herum irgendwelche freunde haben da könnte fast der ding sein sind die blaue steine eigentlich dann sind sie sehr nah bei uns wie an einem band gespannt ich wieder steckt aber ist nicht schlimm ja hier bin ich das ist doch eigentlich ganz nice ja komm der ist bestimmt der ist ja da ja keine blauen steine nothing der andere wir haben jetzt drei ah der kann hier nicht sein weil da steine sind er könnte aber hier sein ja ja namen kommt achtung ist nur eine jane dann kommt macht sie putt macht sie putt okay achso c ja vergesse ich habe ich umgelegt ist wurscht wir haben alles erledigt wenn hier so viele rote herzen ach scheiße wenn ich jetzt darüber laufen gehen die blauen weg dann hätte ich mal über dieses auer ding wäre ich mal gelaufen ich weiß nicht ob ich den letzten schlüssel ach komm scheiße drauf ich hätte vielleicht im shop mir noch einen kaufen sollen aber naja gut hätte ja was schönes drunter sein können fliegen oder sowas okay jetzt konzentration trotzdem okay der springt ihm hinterher das ist ja eigentlich gar nicht schlecht okay okay so ansrufe ist auch nicht genau Springe ihm hinterher, ist okay. Aber wenn er... Aua! Wenn er den großen Hüpfer macht, erlebt man dann ein ganzes Herz. Das ist ja crazy. Was ist hier los? Warum? Hab ich Hartmode eingestellt? Ach so, Seed, ne, Leute? Hier. Oh, ist jetzt abjahren, sind wir wieder groß. Ach, jetzt mag das eigentlich nicht. Aber gut, wir haben mehr Kraft, mehr Power. Wir brauchen dann noch mal einen Schlüssel wieder. Weil in den Itemraum möchte ich schon gerne rein. Okay, wir haben schon echt Power. Wir haben mehr... Wir haben richtig Power. Das ist ganz gut. Es geht natürlich noch mehr, aber ist nicht schlecht. Und geht er auf ihn? Zum Teil. Das ist doch schön. Okay, ich brauche Schlüssel. Komm, da ist ein Schlüssel drin, oder? Nein. Ich sollte vielleicht wieder vorsichtshalber nicht alle Bomben aufheben. Falls ich wieder irgendwie eine Pille finde. Bombser Kies. Da ist... Das ist doch schön. Dann nehmen wir uns den gleich mal. Und ansonsten hier kann auch kein Geheimraum sein. Der kann hier auch nicht sein, weil der Bossraum daneben ist. Oh, nicht dagegen rennen. Das weiß ich jetzt noch. So, und dann haben wir hier noch unsere Bombe. Da könnte ja... Da oben könnte ja hier... Oder auch nicht. Boah, das war... Lucky. Schlüssel haben wir nicht. Ja, aber wenn er nicht da drüben ist... Warum ist er nicht da? Hä? Wie ist das jetzt mit dem Ding? Normalerweise geht das mit dem... Hä? Hä? Oder er ist da oben neben? Was ist denn hier für ein crazy... Shit. Nirgends... Wo ist denn dieser Blüte? Er ist da nicht, er ist da nicht, er ist da nicht. Da unten kann er nicht sein. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Kann das jemand verstehen? Er kann unten nicht sein. Sehr merkwürdig. Aber wir gehen weiter. Komisch. Achso, schießen vielleicht. So, sehr gut. Hier liegt ein Ding, das kann man uns gleich mal holen. Warum auch mal ein Mr. Mega jetzt kam. Was auch immer das jetzt ausgelöst hat. Wieder irgendwas wegen wegsprengen. Oder Bomben wahrscheinlich. Zu und zu viele Bomben habe ich jetzt verwendet. Das könnte sein. Nehmen wir uns da was. Eine bringt uns das Level weiter. Interessiert mich nicht. Und das Ding... Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, oder? Genau, der Volk, der macht, der schießt nach. Aber wenn ich jetzt durch den durchschieße, dann habe ich noch mehr Power. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Also mit dem Geheimraum habe ich jetzt nicht verstanden. Der lag jetzt vielleicht irgendwo ganz anders neben, aber macht ja auch keinen Sinn. Der hätte ja eigentlich an den anderen auch ganz locker liegen können. Ja, kann mal rein. Oh Gott, jetzt wäre ich fast vom Feuerbrand. Okay, hat keinen Sinn. Ich muss aufpassen, dass ich vielleicht nicht genau neben meinem Freund stehe, der die ganzen Dinge anlockt. Ja, das ist doch nice. So ist das doch schön. Nein, das nehme ich nicht. Das habe ich letztens im privaten Run gemacht. Und dann fällt dir dein Trinket raus, dann fehlt dir dein aktives Item raus und dann, das kannst du auch irgendwie nicht mehr aufnehmen, weil das fehlt dann. Hier, wenn ich nur mit dem jetzt stehe, das ist echt gut, dann machen wir ja richtig Power. Ich habe keinen Schlüssel. Verdammte Scheiße. Okay, ich habe nicht getroffen. Lass mich! Fickt euch einfach echt. Die halten echt ganz schön was aus, die fetten Dinger, ne? Ach, der geht auf die Lange, das ist gut. Da komme ich nicht hin. Ich habe keine Schlüssel. Theoretisch, ich kann gerade natürlich nicht laufen. Nehmen wir mal die Karte einfach. So. Vorsichtig. Was ist da drüben eigentlich? Könnte ein Schlüssel drin sein. Oder auch nicht. Hätte aber sein können. Achso, Amnesia, nein. Warte, können wir das mal ganz kurz vorher ablegen hier? Ich will die nicht aus Versehen nehmen. Achso, kann ich ja gar nicht aus Versehen nehmen. Ich habe ja mein Ding extra umgelegt eigentlich. So. Ja. Folgt dem anderen. Finde ich eine gute Idee. Na komm, jetzt hier. Jetzt aber auch gut. Das habe ich nicht gesagt, dass das so gehen kann. So. Was, noch was hier. Aua. Ich bin bescheuert. So. In den Hintergrund rein. Schlüssel. Okay, dann hat es sich doch gelohnt. Vorsichtig. Ihr könnt auch in den Shop gehen und schauen, ob da ein Schlüssel ist, aber... Poison-Tiers. Hier ist auch gut. Okay, es bleibt bei vier. Beziehungsweise wahrscheinlich sonst fünf, wenn es durch den durchgeht da oder so. Vorsichtig. Ich habe immer noch so im Kopf mit dieser steuernden Träne irgendwie. von dem Run gerade. Okay. Komm mal, da... Da oben müsste doch jetzt eigentlich der Ding sein, oder? Nein, kann er nicht. Okay, alles klar. Oh, jetzt aber mal, ey. Vorsicht. Warum bist du so fett, sag mal? Was ist denn hier los? Das ist doch ein anderer Speicherstand. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wenn das jetzt hier an... Ich kann da nicht hin. Ich könnte kotzen. Da sind immer so schöne Sachen oft drin. Manchmal auch nur Geld, aber manchmal sind auch echt schöne Sachen drin. Gib mir jetzt mal einen Geheimraum. Ich muss jetzt nochmal da zurücklaufen, Leute. Es tut mir sehr leid. Weil ich gerne einen Schlüssel hätte. Da oben. Oh, da hätten wir uns sogar aus dem Raum... Hier. Hätten wir uns dann links drüber springen können. Klasse. Sprechen wir hinweg, bitte. So, kein Schlüssel. Nice. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Der super Geheimraum kann hier nicht sein. Kann hier sein. Was ist mit dem Raum? Geht nicht. Dann gib ihn mir bitte hier. Bitte, 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 bitte. Danke. Oh, Mom. Oh, Schlüssel. Das lohnt sich doch immer wieder. Okay. Okay. Super, die Duper. Das Ding irritiert mich, weil das immer so hin und her wackelt. Aber so gehe ich ja auch. DMG ab. Okay. Parasite. Warum nicht? Fünf. Nicey nice. Wir können dann nachher auch nochmal unsere Bombe aufladen. Was wollte ich jetzt machen? Äh, Lippo-Shoppy. Jetzt haben wir auch Kodi ohne Ende. Ich glaube, solche Sachen schneide ich euch vielleicht raus, wenn ich sehe. Ich darf da eigentlich in der Zeit nichts sagen. Dann merke ich, dass da irgendwas ist. Okay. Was ist denn nochmal das 15 Ding? Was könnte denn das sein? Wie sieht denn das aus? In der Milchflasche. Ah, das ist dieses Licht. Genau, wo ich hin... Und dann verlangsamt die sich nicht dann sogar die... Also je nachdem, wo ich nicht hin bin, wo ich hinschieße, sondern wo ich hingucke. Aber das ist cool. Das stimmt. Das ist ein Licht. Kannst du mal den wegsprengen? Okay. Wir machen hier mal Kohle rein. Okay, wir haben keine mehr. Vorsichtig. Ich habe zwei Schlüssel. Sollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, aber ich mache es trotzdem. Okay, das ist ja nicht schlecht. Das hat sich schon gelohnt. Das hätte zwar auch was Fliegendes sein können, aber das ist schon besser als jetzt Money oder sowas. Ja, ja, ich muss dann aber halt immer hingucken auch. Wir verlangsamen gehen dann. Ich sollte aber trotzdem aufpassen. Es sollte mir nicht nur... Au! Oh, muss verlangsamt gehen. Achtung. Okay, er schießt ihn ab. Das ist ja nicht schlecht. Ja, kann ich dich auch mal treffen oder so? Okay. Okay. Ach, ich habe gar nicht meine Bombe benutzt. Wollte ich eigentlich tun. Meine Fliegebombe. Ich vergesse das immer wieder. Bin ich diesmal ein bisschen schneller unterwegs? Vielleicht. Okay. Okay. Action. Achtung. Concentration. Läuft doch. Ist doch okay. Ist doch alles okay. Ist doch alles easy going. Ich habe mich irritiert, dass es alles rumfliegt. Das Licht, der Typ, der andere. Es rennt hier so flogen. Okay. Die kriegen wir hin. Die müssen wir auch nicht verlangsamen. Das ist alles okay. Ich überlege gerade. Wir sollten mal langsam gucken. Da unten könnte der Geheimraum sein. Hier kann er nicht sein. Okay. Achtung. Concentration. Concentration. Läuft uns. Vorsichtig. Ah. Das war knapp. Okay. Hier hätte ich mal ein bisschen rüber schieben können. Also unten kann er auf beiden Seiten nicht sein. Wie sieht es oben aus? Da könnte er sein. Du rennst dem hinterher. Das finde ich sehr cool. Schüssel. Auch noch nicer. So. Jetzt schmeißen wir doch mal unser Ding. Sonst benutzt es ja eh wieder nicht. Danke. Hier ist er zumindest. Okay. Concentration. Und den mag ich wegsprengen da. Danke. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ah. Ah. Okay. Alles easy going. Euch kriege ich auch. Ihr schweilt auch mal. Ja. Schön. Genau. So soll das laufen. Da ist schon der Boss. Könnten wir theoretisch. Wir haben aber halt noch keinen Shop. Kein Dings. Oh. Schnell. 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 Das sind auch coole neue Räume. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach komm. Wir gehen jetzt schon mal zum Boss rein. Können wir das schon mal erledigen? Okay. So. Genau. Rennt den an. Das finde ich eine gute Idee. Oh. Oh. Du verlangsamst dich irgendwie nicht so richtig. Kann das sein? So. Alles easy going. Regeneration finde ich auch gut. Gut. Okay. Vorsichtig. Nicht jetzt abgeschossen werden von dem blöden Feuer. Das werden wir wohl hinkriegen. Der will Herzen. Wir haben auch noch. Wir haben auch Herzen. Eigentlich glaube ich schon rumliegen. Den könnten wir uns theoretisch wieder mitnehmen. Der hat ja das letzte Mal auch ganz gut geholfen. So. Das Ding macht das nicht. Ist das nicht diese? Weiß ich nicht. Genau. Macht das mehr Schaden? Oder macht das dann eine schwarze oder so? Aber ich bin eigentlich jetzt gerade ganz zufrieden. Komm. Wir geben ihm mal. Weil vielleicht gibt er uns ja irgendwas. Jetzt bitte. Na gut. Dann schweige ich dich jetzt weg. Das war mir ja zufrieden. Weil oft ist es ja so, dass der Teufelsraum dann doch wieder verschwindet. Ja. Sieht man. Manchmal bleibt er auch da. Aber das ist halt... Weiß man halt nicht. Ach so. Halt. Ich bräuchte eigentlich auch. Habe ich gerade vergessen. Oh. Ja. Die kannst du alle nehmen. Danke. Danke. Ah. Das sind diese Stinkebomben. Außen mache ich mehr Bomben. Hihihi. Und die durchwirren glaube ich dann die Gegner im Raum. Und machen auch Schaden. So. Einen Shop brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir eh keine Code haben. Und wir haben einen Schlüssel. Das heißt eigentlich sind wir starten. Wir können eigentlich gleich jetzt weitergehen. Müssen sie ja nicht immer so ewig lange aufhalten. Keinen Heimraum hätte ich jetzt noch aufsprengen können. Aber ist jetzt okay. Ich muss mal ein bisschen schneller machen jetzt hier. Aber ich glaube nicht, dass es euch gefällt, wenn ihr dann mal stundenlang an so einem Run zuschauen müsst. Ach so. Rote Herzen wären vielleicht auch noch nice. Und ich sollte mich konzentrieren. Trotz allem. Okay. Das ist natürlich gut. Okay. Vorsichtig. 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 Geht alles. Geht alles. Der Rind dem hinterher ist. Find ich gut. Ich muss sagen, ich bin schon wieder bisher ganz zufrieden. Ach. 10 natürlich. Das ist der. Ja, dem können wir jetzt gerade nichts geben. Wir müssen mal die roten Herzen einsammeln, wenn man welche findet. Nein. Ich will nicht so. Schau mal. Das ist viel zu viel Angriffsfläche. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr Schaden mache. Ich glaube nicht. Das ist nicht so fett, ey. Ich will wieder klein sein. Aber so geht es auch jedem, der erwachsen wird. Theoretisch. So, mach mich klein. Mach mich klein. Jetzt bin ich groß und schnell. Mach mich klein. Mach mich klein. Ah, Regeneration. Das ist gut. Dann könnte ich gleich mal da drüben ihm schon mal ein Herz geben. Und vielleicht noch eins. Mach mich klein. Mach mich klein. Was ist hier drin? Das will ich. Da kommen dann Spinnen raus, glaube ich, oder so. Wenn ich welche töte. Oder kommen die einfach für Enden? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Concentration. Concentration. Concentration now begins. Ich habe keinen getroffen. Ernsthaft? Oh, der ist da unten. Natürlich. Und ich bin wieder aufgeladen mit dem Herz. Gib mir das mal. Wir haben ja eigentlich noch genug. Gib mir irgendwas Schönes. Nein, das ist bestimmt gar nicht. Oh. Oh, nur Moment. Okay. Ja, so ein bisschen spielen muss man ja schon. Also ein bisschen Gambling betreiben, ne? Das muss ich jetzt nicht machen. Ich brauche lieber hier. Short Range, Megatears. Ja, okay. Aber die sind schon echt gut. Ja, auf jeden Fall. Gerade die ersten, die natürlich bei uns rauskommen. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht nicht das Beste, aber es ist vollkommen in Ordnung. Man muss halt teilweise näher rangehen. Was bedeutet, dass ich bescheuert bin und was aber bedeutet, dass wir sie auch langsam machen können durch unsere Taschenhaupe, wenn ich näher dran bin. Die schießen auch nach mir, darum muss ich aufpassen. Und das Ding hätte mich auch getroffen, wenn ich meine Maske nicht gehabt hätte. Okay, wir haben jetzt... Das ist schön, dass ich... Ich meine, wir haben ja eh kein Geld. Aber ich bin hier eh nur reingegangen, weil wir eine goldene Schüssel haben. Klein. Lass mal einen Freund in Ruhe. So. Oh Gott. Alles going, alles going. Es geht, es geht, es geht. Es ist alles in Ordnung. Achso, wir können nochmal weitergehen. Äh, nein. Einfach nur, einfach nur nein. Aber das ist alles okay. Ey, schau mal. Easy. Okay, welcher ist das? Das ist der. Gib mir den Boss. Ja, das nehme ich. Sorry. The Chariot. Finde ich, glaube ich, sogar... Ja, besser als... Ja, gib mal eine Pille. Aber ich nehme das andere, glaube ich. Bohe. Ja, aber es hat so viel zum Aufladen hier. Da ist das andere, glaube ich, ganz gut. Und die geht doch auch auf meine Bomben... Nee, auf die Bombenstärke nenne ich auch meine. Infested mit Fragezeichen. Eins ist es, wo die Scheißhaufen stehen. So viele kommen dann. Ja, ich glaube genau das. Sonst kommt nämlich nur eine. The Chariot. Ja, nehme ich mal mit. Okay, Achtung. Jetzt müsste man nur noch über Steine rüberschießen können. Dann... Also fliegen ist auch nett, aber... Ja, das würde mir auch schon mal reichen. So, was ist jetzt hier eine Boss? Wollte ich gerade sagen. Also so langsam, ne? Da könnte auch der andere Geheimraum sein. Ist er aber nicht. Liegt der hier? Auch nicht. Okay. So, jetzt müssen wir dem anderen nochmal die Herzen geben. Ah, ich fühle mich auch gerade wieder auf. Siehst du, wir müssen unbedingt hier... Oh Gott, der kann ja hier fast überall sein, ne? Der andere Geheimraum. Da nicht. Hier schon. Ist aber nicht. Da nicht. Hier schon. An beiden Stellen. Ich will jetzt auch nicht so viele Bomben raushauen. Danke. Ach, das ist aber der normale. Weil der neben dem Shop ist. Ja, nehme ich mit. Evil Up. The Anime will pay. Okay. Das hat sich doch auch gelohnt. Ach, wir sind doch Kane, ne? Wir haben doch... Nee. Mit wem bin ich jetzt? Doch, Luckfoot. Genau. Mit dem Lucky Luck bin ich reingegangen. Darum vielleicht. Ja, keine Ahnung, wo ist das andere Ding. Ach so, ich wollte ja nur... Ist ja wurscht. Ich muss jetzt auch nicht weitermachen. Ich will jetzt eigentlich nur... ...nochmal zu dem... ...Fuzzi gehen. Wo auch immer der da drüben war. Gib mir irgendwas Schönes jetzt mal hier. Der ist auch schön. Ja, irgendwas... Das ist auch gut. Da kann ich fliegen, aber... Gib mir jetzt mal... Was? Was? Ich hab hier eh nicht... Lazy Worm. Ach so. Will ich Lazy Worm überhaupt haben? Nein, will ich nicht. Jetzt gib mir nochmal irgendwas jetzt hier. Was soll denn das jetzt? Dann mach ich jetzt doch nochmal weiter. Au! Das wollte ich nicht. Gib mir doch mal ein Item oder so... ...und mach mich jetzt klein. Halt! Meine! Schweinebacke! Ja komm, dann mach ich jetzt doch nochmal weiter. Okay, hier ist nichts mehr. Aber hier hinten... ...könnte theoretisch noch etwas sein. Nein. Oder hier. Ja, nee, ich werde jetzt hier nicht jeden Traum abklappern. Ja, was soll denn das jetzt? Muss ich jetzt echt meine... Warte mal, ich mach mal kurz was. Ich hab ja einen goldenen Schlüssel, ne? Ja. Versuchen wir mal, ob hier noch mein Herz rauskommt. Oder ich spreng's einfach weg. Meins. Das ist ein Dollar? Ja. Locki, 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 lock, 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 lock. Schön. Oh Gott, bitte lass mich nicht hier wieder gamblen. Danke. Das wollte ich haben. So, jetzt passt alles. Der will ich mich mit. So, jetzt können wir auch zurücklaufen. Ich hab alles, was ich wollte. Ähm, ich muss da oben lang. Außer, dass ich riesengroß bin und mich das voll nervt. Aber man kann ja nicht alles haben, also. Da ist ein Stein markiert. Ich seh's doch bis hier. Das ist komisch, aber warum ist der so schwarz? Sind die nicht... Sind die dann nicht, äh... Blau? Ja. Oh nein, das Ding mag ich nicht. Aber es könnte gut sein. Mit unserem... Boah. Tue ich mir das eigentlich, wie wenn ich da draufstehe auf diese Kacke, auf den kacken Boden? Wahrscheinlich, ne? Puh. Okay, du bist tot. Das ist alles gut. Das ist alles okay. Warte mal, das können wir uns nehmen. Er hat sie schon genommen. Weil ich kann eh keine Blauen mehr aufnehmen. Speed und Team G up. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja genial. Aber ich würde mir gerne mal kleiner werden. Warum ist Mom denn jetzt auf hier drin? Was soll denn das? Ja, wo? Wo bist du im Namen? So. Ich überlege gerade. Ist auch wieder DMG up oder so. Theoretisch. Drei Devil Deals, natürlich. Genial. Das können wir... Können wir das jetzt nicht aufnehmen? Ne, das hat uns wahrscheinlich ein blaues Herz gegeben, das Ding. War das jetzt DMG up? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt gerade nur Azazazel. Boah, den können wir das nächste Mal nehmen. Leute, das ist voll cool. Das, das ist voll cool. Lillyu. W Suppon is ein Klee. sehr wohl da. Vielen Dank.